was ja du darfst gerne warten bis ich die ganzen farben fertig habe so ist es ja nicht ja wir haben eigentlich schon alle sobald ich jetzt wenn ich jetzt grün gleich habe haben wir eigentlich alle farben grün ist das einzige was noch gefehlt hat ja jetzt dauert zeit nur alles ein bisschen länger mittlerweile mal gucken wir fangen von oben an alle brauchst heute wie gesagt nicht ich weiß nicht auch nach grau könnte man aus sechs und blau kommt weg das kommt dahin ich kann halt auch noch viele mischen anfahren ja brauchst halt nicht wie gesagt ja ich habe ja alle dann gleich ja aber ich war jetzt die restlichen vorhanden ach so ja gut also wenn du das direkt machen kannst dann gib ihn kann man denn zu jahren machen was das zu jahren ist bauen und zwei bauen rot und die grün und wenn du mir hier in russ hinstellst dann gebe ich jetzt zumindest schon mal die 1 dort direkt rein ja ich will das aber nicht in das system reinpacken weil ich dann den überblick verliere haben wir noch was ja ja so auch du schon das ist langsam ja ja ich weiß ich war nur vier nee 8 und 12 für euch ach das kommt weg dieses grafit ist gleich fertig endlich noch zwei stück und grafit kommt weg das ist angenehm so habe ich von mir und clay ok also nicht gleich noch ein clay rauskriege dann habe ich bauen mir und clay noch soll ich die direkt zwischen was die beiden die du da hast also die grünen ich würde jetzt hochzüchten das dauert zu lange ja aber erst mal ein wenig zu spät erst also das geht gleich relativ schnell 9 9 10 bei clay ja wir haben halt alles also das ist halt der vor und nachteil an den hühnchen wenn du einmal damit durch bist dann war es das dann hast du halt so gut wie alle ressourcen deswegen finde ich das auch ein bisschen overpowered mann fressen die hühner die seeds weg habe mindestens 1000 verballert ich glaube wir sind schon bei locker 20.000 oder so was Tom ist ja den ganzen stream nebenbei immer dabei fleißig dabei die seeds wieder neu zu machen was einfach die stats ausmachen ein einzelnes mit 676 ist gibt deutlich schneller als sogar sichtbar schneller als drei standard hühnchen beim brüten das ist so abnormal so und pink magenta und leim pink ist wieder im minus war diese minus prozente nerven aber massivst magenta tv so was ist das pink rot so und ein silicon selbst silicon damit bei schon wieder dass jenny ist da übrigens die seeds sind wieder alle und so ein bisschen warten auf ich habe ein paar im inventar noch ja also ich packe halt immer relativ viel ins inventar direkt rein jetzt fehlt nur noch magenta habe ich fehlt nur noch grün läuft gerade durch ja versuch mal dass du irgendwie falls es klappt irgendein also der der gleich über bleibt sozusagen der kommt dann in den roost rein ok jetzt hier an kann ja schon mal zusammensuchen weil ich dafür das brauche ja jetzt müssen wir noch sogar schon haben äh oder tatsächlich nicht so chicken ist drin 10 10 9 ich bin irgendwie einerseits bin ich froh wenn wir die hühnchen durch haben andererseits das ist echt erschreckend wie schnell das einfach geklappt hat ja das war jetzt halt nicht mal also ja was heißt nicht mal ist es halt ein zwei streams und dann war es das ja ich habe gedacht du hast da schon besseres drin ne ich habe das bessere hier beim züchten ist halt sinnvoller beim züchten das bessere zu haben ja dann pack doch gleich noch das zweite da genau da rein noch mit dann geht es ein bisschen schneller das geht ja tatsächlich schneller wenn man ähm aha ok weil es mittlerweile schon 21 22 ist deswegen ne ja gut sonst dann ja ok sind ja nur noch ich brauche halt nur noch 8 grün ja das sollte gehen was ich merke ich auch super schnell einfach farben kann ich trattel gar nicht hallo hallo ich habe jetzt doch gestellt oder was vielleicht müssen wir aber ausbraten küschen Drei Tage, alles gut. Was sagt man? Hä? Was sagt man? Danke. Was sagt man? Doppelt Danke. Was sagt man? Grüße. Einfach Danke. Grüße von Tom. Grüße zu euch. Lass zu, wir wollen eh nur noch 10 Minuten. Ess dich gleich in Ruhe. Was denn? Ich wünsch jetzt nicht zuhören während ich schlafe. Doch. Ich leg mich einfach neben dir. Nein. Bis gleich. So, Sandchicken haben wir tatsächlich noch nicht alles. Shit. Weiß ich nicht. Was denn? Was denn? Was denn? Darf ich dich bannen? Ich hab die Quelle fertig gemacht und dann willst du mich bannen oder was? Ja. Ach du Scheiße, hat das viel freigeschleitet. Will ich es sehen? Sechs Stöcke oder was? Ah, Clay ist auch oft 10-10. Ach du Scheiße. Was ist? Was ist? Und ein Slime-Singer. Ich bekomme ein Slime-Woods. Ist okay. Aber die Teile sind Abfuck. Also nicht mal unbedingt was es alles freigeschaltet hat, sondern was wir alles schon erfüllt haben jetzt sogar. Guck mal hierher. Ja. Schafe. Und jetzt noch der Luftverlangen da oben. Hübsch. Wie will ich auf jemanden behalten, die pinken Pferde? Schafe. Ja. Ähm. Ja. Ich wollte gerade sagen. Nein. Wollte doch mit Piratenhut. Ja. Clay ist auch oft 10-10. Gefällt mir. Gravel auch schon? Haben wir das schon? Gravel gibt es doch gar nicht. Ja. Klar gibt es Gravel-Chicken. Ach du Schande. Haben wir viel freigeschaltet. Du könntest nur mal einen Roost-Collector bauen. Ja. Oder einen Chicken-Analyser. So. Ähm. Äh. Wieder Silber. Shit. Hast du wieder 500 neue Links? Danke. Ähm. Roost-Collector. Können wir bauen, ja. Holz-Hopper-Chester. Das ist nicht wirklich schwer, aber nicht aufstellen, weil sonst hast du den ziemlich schnell gleich voll. Um es mal so zu nennen. Ich will den auch gar nicht aufstellen. Also bringt halt leider auch gar nichts. Ich brauch auf jeden Fall noch Upgrades. Ah ne. Brauchen wir nicht. Wir können ja nicht automatisch rausziehen. Ne. Leider nicht. Jetzt hätte ich das. Ich will halt keinen Transfer-Rest bauen. Mann. Können wir auch nicht wie ein Glas schnuch. Da war ja was. Äh. Brauchtest du jetzt noch grün oder? Nö. Okay. Okay. Dann weg damit. Wie darfst du aus als wäre die Quest doch nicht fertig. Ja. Also ich würde gerne noch äh versuchen äh die beiden Kreuzungen die ich mache noch hinzukriegen. Oh Spaß. Ja die dauern hoffentlich nicht so lange mehr. Soll ich den mal platzieren? Pfff. Wenn du dein Inventar voll haben willst. Ach du scheiße. Ich baue ihn wieder ab. Oh nein der dauert eine halbe Stunde zwei. Ne. Schmeiß nicht. Ja das schmeiß ich alles weg. Soll ich auch mit wegwerfen machen wir ja nicht. Weg. Kannst du eigentlich so. Also ein Prismarinen habe ich rausbekommen. Was wegkommt. Brauchen noch. Ja. Net und Nesting Pen. Ich baue einfach mal einen Platz. Ja mach. Wenn du da noch was machst. Ja. Na klar. Das züchten dauert halt echt ewig. Na klar. Das ist das einzig nervige. Also das kreuzen das dauert lange aber der Rest der ist halt so schnell durch. Das gute ist ich habe gerade Glück im Unglück. Wie viele Hühner wohl gestorben sind hier in dem Projekt bisher? Zu viele. Boah schon wieder Wasser. So. Ach komm schon. Kommt ne mach alles. Fertleist dort. Fertleist. Äh ich werfe die Überschüssigen hier ins Void. Äh benutze einfach den die Trashcan. Müsstest du normalerweise auch freigeschaltet haben. Die hat man vor allem an. Ja also ist halt nicht OP only. Das meinte ich damit. Ja. Boah ist das angenehm jetzt auf mal wieder so ein Tier 1. äh Hühnchen zu haben. Das geht einfach so schnell durch. Ja schon wieder nicht. Äh. So. Anheelizer. 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 Das ist was anderes. Hä? Nichts nichts. Ich hab was denn? Nichts nichts. Hä? 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 Clay, Tin und Zink. Hab ich beides noch nicht. Shit. Ah gut dann muss ich da noch bisschen mehr wieder machen demnächst. Geht aber schnell ins Void werfen. Ja klar. Also wenn du irgendwo da ein Loch bei dir da hast. Ja. So. Ach komm. Sechs Stück müssen reichen. Clay ist fertig. Ja gut. So. Ja. Bauen. Ah. Bauenmehl beides. Okay. Aber Zinn hab ich doch schon gemacht oder nicht? Tatsächlich nicht. Wir müssen Pisten bauen. Hä? Wie kommt das denn, dass ich keinen Zinn gemacht hab? Das geht halt. Ne. Gar nicht. Eloy Rezepte. Wie mach ich den Eloy schon? Ähm. Ähm. Sieht nicht so aus. Reductions. So. Light Grey. Eloy. Nö. Grün ist auch oft 10.10. Hä? Fiecht gut. Ich auch. So. Wasser ist auch fertig. Und das können wir tatsächlich nicht benutzen. Jo. Grün ist oft 10.10. Okay. Das ging jetzt echt schnell. Das können wir ja zum Ende nochmal alle Quests abholen, falls du es nämlich gemacht hast. Als ob. Ich hab so gut wie gar keine Quests abgeholt. Ja. Leider das eine Hühnchen, das will irgendwie nicht so richtig. Hä? Okay. Achso. Willst du kurz. Einmal triggern. Oh. Das sieht geil aus. Guck mal das. Warte mal. Guck mal. Guck mal. Achso egal. Das geht auch nicht wirklich schneller. Klar. Vor allem fühle ich mich hier langsam ein bisschen veräppelt. Warum? Ja. Fall wir hier nicht das Richtige bei rumkriegen. Schon wieder direkt das nächste freigeschaltet. Ja. Ich hol die Quest mal gleich. Ich hab da kommen ja ne Scheiße aus. Jo. Also wirklich. Leider ja. Also. Da kommt halt wirklich so gut wie nichts an schönen Sachen bei rum. Ich weiß nicht. Ich glaube im Karten mal vorhin irgendwie was nützliches drauf. Marek oder? Hä? Auch nur so. Den Magnetringen. Das ist ein Ding was jetzt ganz. Ja schon wäre ich auch bekommen. Und die Slime Boots sind ganz okay. Ja. Aber. Im allgemeinen ist das jetzt nichts atemberaubendes. Was da rauskommt. So. Graue Hühnchen sind auch gleich durch. Eine Quest nach der anderen completed. Ich will ja so einen Scheiß Peppel. War ich den noch auf dem Kopf? Ja. Der kommt weg. Ach. Jetzt siehst du mal deine coolen Augen wieder. Nein. Geh weg. Ich will nicht. Aber das ist schon. Wie sieht gut. Muss man von oben gleich. Also von hier gucken. Sieht geil aus. Ähm. So. Magenta. Brauche ich tatsächlich nicht mehr. Äh. Weg damit. Kann ich ja gleich nochmal mit Optifine probieren. Äh. Kaktus. Na gut. Da brauche ich noch ein paar von. Da kann man ja auch einen Städter einmachen. So. Da. Ähm. Ja. Ich muss ja nächstes mal sowieso. Ach. Kopper haben wir schon 10,10. Äh. Tatsächlich ja. Ich hole mir nur nochmal den hier. Weil ich will ganz schnell einen Kopper haben. Tch. Du kannst das 9er Ding ja wegschmeißen. So. Hä. Ich brauche ja noch Kupfer hier drüben. So spät. Äh. Nein. Es war ein Scherzmensch. Ja. Ist okay. Mittlerweile geht es recht schnell. Naja. Du kriegst da gut voraus. Ja. Ich muss halt gleich ordentlich Quests annehmen. Tatsächlich. Ist doch gut. Na komm schon. Ja. Da war der zweite. Wunderbar. So. Ähm. Silber. So. Platinum haben wir auch noch nicht oder? Naja. Wir haben noch keinen Nicke. Das fand ich. So. Hm. Was denn? Ich geh ne Stunde. Hä. Warte noch 5 Minuten kurz. Ich geh ne Stunde. Frau. Gut. Ähm. Auch eine Schüssel schicken. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen. Ich kenne noch mal ein paar Loot Chests. Ha. Aber der war ja. Ja. Oh. Guck mal. Wie viel wir freigeschalten haben. Ja. Schon fast alles. Da kannst du auch noch alles abholen. Die erste immer glaub ich. Ne. Wie feins deutsches freigeschalten. Äh. Ne. Also die anderen Quests rein. Da mach ich noch nichts. Das dauert sonst jetzt zu lange. Wenn ich da jetzt auch noch alles machen will. Ja. Aber Silicon ist in May. Glaub ich. Irgendwo hab ich schon gesehen. So. Müll. 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 Noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Ja. Jetzt hab ich auch die Ender Arrows rausbekommen. Ne. Ne. Also ich. Find das Projekt ja ganz geil. Ich find's auch bis jetzt geil. Also. Vor allem dass er auch jetzt. Die Schicken ist auch gut. Ja. Ist mal was anderes. Hatte ich bis jetzt noch nicht so oft. Im Skyblock hatte ich glaube ich Schicken ist noch nie. Außer Sky Factory 3. Ja. Ich hatte es. Stoneblock. Und Sky Factory. Ja. Und Sky Gengers. Waren da auch Hähnchen bei? Ja. Achso. Ja gut. Aber die waren nicht OP. So sie am Anfang. Na. Gut. Dann würde ich sagen wir gehen raus. Ja. Ähm. Euch allen einen wunderschönen Abend. Noch. Äh. Einen wunderschönen Start in die Woche. Für alle die es bei YouTube gucken. Äh. Viel Spaß bei was auch immer ihr vorhabt. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns morgen Abend wieder. Tom. Ja. Ja. Dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Wahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Also sonst gibt es Anno. In Anno werde ich auch mal vorankommen. Jetzt mit Tom. Äh. Mit Marek. Aber. Wie gesagt. Euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für jeden der dabei war. Vielen Dank für die ganzen Hosts. Und die Follows. Und die Bits. Oder der Bit. Streng genommen. Und ähm. Das Abo. In dem Sinne. Euch noch einen wunderschönen Abend. Eine schöne Nacht. Und dann sehen wir uns morgen. Hoffentlich in aller Frische wieder. Bis dahin. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.